New Jersey Devils sind dein erstes NHL Team. Was habt ihr uns gelesen? Ja, ich kann es nicht sagen. Ich kann es selber noch nicht begreifen. Ich bin wirklich sprachlosig. Ich bin einfach voller Vorfreude und freue mich einfach riesig zu tun. Als dein Name gefallen ist als Erster, was hast du für Gefühle in dir gehabt? Das kann ich einfach nicht beschreiben. Das ist etwas, was ich wirklich nicht beschreiben kann. Das ist unglaublich. Ich bin einfach direkt alle umarmen und MS zu sagen, das ist einfach einmalig. New Jersey Devils, was weisst du über die Mannschaft? Ja, ich weiss eine sehr gute Organisation. Also viel Geschichte. Damian Brunner hat hier auch mal gespielt. Ich freue mich einfach riesig auf die Organisation. Und mit dem habe ich es wirklich gut und super Stuff. Die sind alle zusammen. Ich freue mich.